Yo Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge von Satisfactory von mir, dem Nico. Ja, heute spielen wir weiter. In der letzten Folge haben wir einiges an Fortschritt gemacht. Wir sind gerade am Abschließen der Phase 1 vom Weltraumlift, haben die intelligente Beschichtung automatisiert und die verstärkten Platten. Rotoren haben wir ja schon länger gemacht und heute gucken wir, dass wir modulare Rahmen automatisieren. Aber jetzt gehen wir erstmal so ein bisschen auf Erkundungstour bzw. auf Feldtour, denn wir brauchen natürlich jetzt sehr, sehr viel Blätter und Holz, weil wir jetzt mit den vielen Geräten, die wir mittlerweile haben, nach und nach mehr Biomassegeneratoren brauchen. Wir haben jetzt glaube ich schon 5 oder 6 in Betrieb, vielleicht sogar nicht oder mehr. Deswegen brauchen wir ganz, ganz viel Treibstoff. Ja, das wird jetzt halt bis zur Kohle noch echt ätzend. Aber ich denke, so lange dauert es nicht mehr, bis wir die bekommen. Wie gesagt, nächste Weltraumliftphase denke ich, ist es soweit und dann werde ich das, sobald es geht, werde ich das angehen. Strom ist halt so ein leidiges Thema am Anfang. Aber irgendwann werden wir uns darüber nicht so viele Sorgen machen müssen. Ja, also mit Kohle ist dann das Thema erstmal nicht gegessen, aber deutlich einfacher. Wecker ist wieder gestellt, auf eine Stunde ungefähr. Vielleicht finden wir jetzt hier vielleicht sogar noch ein paar coole Sachen. Ein paar Schnecken oder so. Ich werde nicht so eine, so eine Riesentour machen. Aber, naja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Lohnt sich mehr als mehrfach zu gehen. Und dafür immer nur so ein bisschen mitzunehmen. Hier ist so ein Tal, ne? Da geht's nach unten. Das ist nicht die Stelle mit dem großen Keiler. Das ist was anderes hier. Hier waren wir noch nicht. Theoretisch könnte ich auch schon Quarz holen. Ich weiß ja schon, wo es ist. Ah, ich kann es sogar schon scannen. Voll vergessen. Okay, wir haben ja den Fallschirm, von daher fliege ich mal hier rüber. Vielleicht ist hier irgendwo was Cooles. Eine Schnecke oder so hier oben. Nö, aber da unten war, glaube ich, was. Taschenlampe können wir ausmachen. Ja, hier ist eine Schnecke. Jo, der Laptop dampft auch wieder. Ich habe gesehen, die erste Folge, da habe ich es verkackt. Ich habe einfach nur die Folge in 24 FPS gerendert. Mega scheiße, Alter. Bei so einem Game ist das schon blöd. Das ist schon ein bisschen blöd. Das heißt, die erste Folge ist leider halt nur in 24 FPS anzuschauen. Das tut mir nochmal leid. Habe ich dann ab da aber gefixt. Dann müsste alles wieder auf 60 sein. So, hier ist eine Höhle. Das ist interessant. Was ist hier? Okay. Wir können wieder ein bisschen mit Celium holen. Wir gucken mal, ob da irgendwas in die Richtung ist. Oh, ja. Eine Mersersphäre ist hier. Ich mache mal kurz Taschenlampe an. Ja, hier werden bestimmt diese Spinnen wieder sein. Ja, ja. Da ist die Mersersphäre. Ja, die werden gleich hier rauskrabbeln. Oder? Also, ich kann mich noch erinnern, wo ich hier war. Hier müssten eigentlich Spinnen kommen. Vielleicht, wenn wir es aufgesammelt haben. So, diesen Dialog da, den überspringe ich mal. Geht es dahinter noch? Ne, da geht es nur noch hin. Okay, dann halt kein Gegner. Angenehmer. So, wir sehen hier oben, die intelligente Beschichtung ist gleich fertig. Dann werden wir das gleich abschließen, wenn wir zurück sind. Und bis dahin wird die intelligente Beschichtung halt am Fließband bestaut. Und im Fabrikator. Hier ist Wasser. Das können wir jetzt noch nicht anzapfen, aber bald. Oder, naja, ein bisschen draus noch. Wobei, nee, ich glaube, diese Art von Wasser, also nicht das fließende Wasser, sondern das hier im Boden, das dauert tatsächlich noch viel länger. Ähm, ja. Ich glaube, ich weiß, was man dafür braucht. Und das, das kommt wirklich erst relativ spät. Okay. So, hier unten im Tal. Mal gucken. Ähm. Die kann man auch abbauen. Das wusste ich nicht. Die gehen mit Zähne. Lol. Siehste mal. Was Neues zugelernt. Aber eigentlich sind die fast so schön zum Abbauen. Ich finde die echt cool. Okay, eine Schnecke ist in die Richtung. So, die Map müsste jetzt auch immer weiter wachsen. Da ist eine blaue. Und ein Wasserfall. Da oben diese rosa Bäume. Da ist schon ein fortgeschrittenes Gebiet. Dieses Gebiet hier oben. Das ist tatsächlich schon gar nicht so einfach dort. So, hier geht's runter. Ich weiß gar nicht. Hier war auf jeden Fall unten, glaube ich, eine Elektroschnecke. Ich glaube, ich bin da in meinem Spieldurchlauf runter. Oh, das kann auch hier gewesen sein. Nee, mach ich jetzt mal nicht. Ich sägele lieber ein bisschen rum. Ja, ich glaube, ich bin hier runter. Ich habe halt Angst, dass hier irgendwie schon bessere Gegner sind oder so. Hier unten ist eine Mersersphäre auf jeden Fall. Nee, ich traue mich da jetzt noch nicht runter. Nicht mit der schlechten Waffe. Aber es ist auf jeden Fall schön hier. Ja, hier kann man jetzt nicht so gut massig Biomasse farmen. Das sind halt irgendwie die größten Bäume. Wir müssten eigentlich in dieses Liedergebiet, also nicht das oben, sondern wo wir letztens schon mal kurz waren. Okay, ein Hurensohn, Achtung. Okay, das ist eine andere Art von Spucker. Die spucken hier nicht so ein Feuer, sondern so ein blaues, so ein Plasma. Das sieht schon sehr krass aus hier. Sommersloop, oh. Ja, der ist wahrscheinlich da oben. Sehr wahrscheinlich. Da baue ich mich jetzt nicht hoch. Da, da ist das Liedergebiet. Da kann ich mich doch hin. Ja, da kann, da gehe ich hin. So, ich baue mich mal. Von hier aus ist das hier ziemlich leicht. Oh, shit, das ist wieder so ein Spucker. Ich baue mich mal da hoch. Ups. Ja, genau, mit E kann man hier das so schnell machen. Äh, Doppelrampe. Stimmt, die will ich auch mal testen. Da kann man hier acht Meter hoch. Das ist cool. Äh, Doppelrampe zwei Meter. Joa. Das ist halt eine Rampe, die jetzt nicht so dreiecksförmig ist, sag ich mal. Oder wie soll man das beschreiben? Ist halt, ja, ein bisschen anders. So wie oben scheint ein Gegner zu sein. Oh, hier ist eine lila, ne? Wow. Vielleicht hat mich aber auch einfach der Spucker unten gesehen. Oder die Spucker. Der, gar eine lila, der ist hier oben. Crazy. Kommen die hoch? Nö. Nö. Und ich hab, ey, ich hab ein Short, irgendwo ein Short vorgeschlagen von einem Trick, wie man mehr Elektroschnecken, also mehr Energiefragmente bekommt aus Elektroschnecken. Man kann die verdoppeln. Man kann aus einer, oder vielleicht sogar noch, noch weiter. Das, das hat mich, das, boah, das war krass. Wo ich den Titel gesehen hab, so, oder wo ich halt gesehen hab, ey, du kannst mehr Energiefragmente daraus bekommen. Da dachte ich mir so, ja, klar. Das wär übel krass. Aber es geht wirklich. Es macht wirklich Sinn. Ich weiß nicht, warum ich da nie drauf kam, aber das ist, also das ist heftig. Einen sehr heftigen Trick. Das dauert aber noch, bis wir die Möglichkeit haben. Deswegen, äh, noch. Also, ich hebe jetzt mal die Schnecken auf, weil wir haben ja 13 Energiefragmente. Wenn wir welche brauchen, werde ich sie behandkrachten. Weil, bis wir das machen können, wird's auf jeden Fall schon noch dauern. Müsste ich mal in der Marm gucken, was wir da brauchen. Da müssen wir ein neues Erz finden, das weiß ich. Ich weiß auch schon, wo eine Quelle ist. Ist sogar ziemlich nah bei uns. Hier ist Wasser, okay. Ähm, könnte ich theoretisch eigentlich schon bald anzapfen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas braucht. Ja. Aber, können wir bald mal angehen. Hier, das ist, äh, ein neuer Gegner. Oder, ich weiß gar nicht, wie es ein Gegner ist, weil eigentlich ist er nett. Und da hinten, diese, diese Blüte da, das sind die letzten, die letzten Gegner, die wir noch nicht kennen. Die Krabbenbrüter. Das sind quasi so Fliegen. Und die sind sehr, sehr stark, sehr nervig, machen sehr viel Schaden. Wir müssen erst mal das Nest zerstören. So. Zack. Die greifen mich ja schon an. So. Und jetzt kann ich das aber auch erforschen. Jetzt habt ihr die Fliegen gar nicht gesehen. Sind nicht schlimm. Äh, Inventar sieht auch ganz gut aus eigentlich. Ich werde ganz kurz Protein machen. Energiefragmenten mache ich jetzt auch mal tatsächlich. Ich habe gerade gesagt, ich will es aufheben. Oh man. Äh, unten im Mamm baue ich auch noch. Um die, das hier freizuschalten. Und das Nest droppt halt immer so ein, so ein Überrest. Okay. So. Nämlich muss man hier forschen. Hier beim Sommersloop. Da geht's um. Um den hier. Diesen Punkt müssen wir freischalten. Und dann kann das, kann das gehen. Und dazu brauchen wir halt Sachen, die wir jetzt auf jeden Fall noch nicht machen können. Mit Selium. Dauert auch noch ein bisschen. So. Cool, dass wir hier jetzt bei Quarz sind, denn. Hier ist eine Quarzquelle. Warte. Das Ding hier. Da. Deswegen. Äh, wir haben glaube ich keinen mobilen Miner. Dann mache ich mal einen. Deswegen werden wir hier direkt mal das anzapfen. Bei Quarz werden wir bald brauchen. Ich mache hier noch den Inhalator. Dann können wir da auch bald richtig beginnen mit Quarz. Ist auf jeden Fall hier ein sehr schönes Gebiet. Dann können wir das gleich hier mit nach Hause nehmen. Den Strom. Da ist wieder so ein Krabbenbrüter-Ding. Müssen wir mal gucken, wie wir das zurück, äh, wie wir das in unser Dorf leiten. Und hier auch durch den Fluss, das Förderband. Am schönsten sähe es wahrscheinlich aus, wenn wir das auf Fundamenten bauen würden. Ich glaube, so mache ich das auch. Dann haue ich den nochmal kurz weg. Wir wollen in die Richtung. Dann mache ich das so, dass der Bohrer, der Miner, äh, auf dem... ...auf dem Ding hier steht. So, in die Richtung. Geht das jetzt noch? Ja. Ja, genau. So meinte ich das. Dann können wir hier das Förderband relativ schön machen. Und dann kann ich hier das erste Mal auch diesen Stapelbahnen-Fördermast benutzen. Falls wir irgendwas... Falls wir hier... ...irgendwas aus der Richtung auch noch nach Hause leiten. Das ist eine... Was ist das für eine Quelle? 60 pro Minute. Das heißt normal. Okay. Ja, bei Quarz braucht man gar nicht so viel. Dann reicht auch MK1-Förderband. Ich habe jetzt nicht so viele Eisenplatten. Wir müssen also jetzt eh gleich heim. Wir können jetzt hier das nicht wirklich gut ausführen. Aber wir haben jetzt die Quelle schon mal angezapft. Führen die dann hier irgendwie drüber. Übers Wasser. Wir können... Also die Strom... Den Stromast können wir ja schon mal ein bisschen zurückführen eigentlich. Bis nach Hause. So. Ich will diesen... Äh... Dieses Nest hier jetzt nicht triggern. Deswegen gehe ich mal ein bisschen außen rum. Bisschen überall diese Nester. Das hier ist auch interessant. Das ist ein... Warte. Ein Geysir. Das dauert noch, bis wir das freischalten. Aber das wird auch noch ziemlich interessant. Ja, die Schnecke hier, die es nun geben von den Nestern. Oh. Da habe ich jetzt nicht so Bock. Wir müssen in die Richtung. Wir müssen dann hier einen Lift machen. Fürs Förderband. Bis dahin mache ich jetzt mal... Das hier. Das ist eigentlich cool. Weil das ist jetzt die... Die noch schnellere Art hochzukommen. Ne, doch nicht. Ne, da ist eine Rampe doch sinnvoller. Oder? Ja. Schon. Das ist scheiße. Die Eisenplatten. Oh je. Ungültige Platzi... Achso. Katerium Erz. Das kommt auch schon bald. So, wir gucken mal, wie sieht die Map bisher aus. Auf jeden Fall voller. Wir haben noch ein bisschen Platz eigentlich für Blätter und so. So, ich muss mich jetzt hier Stück für Stück hochbauen. Okay, das braucht ja keine Eisenplatten. Das machen wir gleich. Die Dinger hier, die kann man übrigens auch nicht abbauen. Ja, den Baum hätte ich jetzt noch gerne weggemacht. Ja, ich gehe jetzt aber nicht nochmal runter. Das ist mir jetzt zu nervig. Ei, ei, ei. Oh, bitte nicht. Oh Gott. Das ist schon wieder sehr dunkel. Ah, hier müssen wir nur aufpassen, weil hier sind wieder diese Viecher, die Gas spucken. Da. Ja, das hauen wir ja alles weg. Ja, das ist ein bisschen nervig. Genau, hier so durch dieses... Da durch machen wir dann das Förderband. Da ist noch eine Schnecke. Ja, das sind aber auch Spucker. Ja, aber das schaffen wir doch, oder? Zwei Spucker. Oder einen Spucker und einen Keiler. Ich glaube, ich sollte erst den Spucker killen. Ui. Maschallah. Wo? Wo? Okay. Wo? Wo ist denn noch was? Hä? Ach nee, das war das Gas. Ich habe nicht genug Platz, Alter. Ja, äh, ich habe jetzt den Sand. Okay. Was war das denn? Strom ist da. Okay. Interesting. Ja, und die neuen Masten, die sind auch super wichtig. Das Gute ist, die müssen wir theoretisch nicht neu platzieren. Wir können die MK1-Dinger einfach ersetzen. Einfach draufklicken. Aber ein paar, dann kann ich auch ein paar halt weghauen, so. Ah, ich erinnere mich hier an diesen Bereich. Naja. Die Quarzquelle habe ich auf jeden Fall auch angezapft in meinem Durchlauf. Wie gesagt, meine Base ist ja, äh, war ja, ist ja nicht weit weg von dem, wo ich jetzt baue. Also, ich habe diese, dieses Förderband hier so am Rand entlang gebaut. Ich glaube, diesmal werde ich es ein bisschen anders machen. Dann läuft der Miner schon. Okay. Ja, heute auch die Fläche ein bisschen weitermachen, wäre gut. Was mache ich denn? Ich muss doch hoch. Dann schnappe ich mir jetzt erstmal auf jeden Fall Eisenplatten. Nein! Oh, ich dachte schon. Ja. Jetzt schließen wir aber erstmal die Phase 1 ab. Ja, das ist richtig. Und dann gucken wir. Ich denke, da kommt jetzt dann Kohlekraftwerk schon. Aber erstmal haue ich die Biomasse rein, die Blätter und die, die, das Holz. So, da staut sich schon. Dann können wir dieses Förderband sowieso auch mal wieder, auch dann wegreißen und dann, äh, das in die Kiste führen. Aber man braucht es, glaube ich, für die nächste Phase auch nochmal, aber halt mehr. So, wir beladen. Sicherung durchgebrannt. Okay. Okay. Wahrscheinlich einfach Biomasse leer. So, versiegeln. Montage-Projekts. Ja. 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 Genau, hier. Stahlproduktion. Ja, das sind die neuen Teile, das kennen wir, die zwei müssen wir neu herstellen, da brauchen wir Stahl für, Stahlmachband aus Eisenkohle, versenden, so, Phase 1 ist hiermit geschafft, da sehen wir es da oben, dann kann es eigentlich doch erstmal weiterlaufen. Das wird jetzt natürlich ein bisschen länger dauern, bis wir diese Phase schaffen, okay, dann gucke ich ganz kurz zum Strom, hier, das baut sich halt oben nach und nach dann auf. Dankeschön. Ja, ja, labe mal nicht, äh, warte mal, okay, hier ist, hier ist eigentlich noch genug drin, wahrscheinlich, äh, einfach dann jetzt einen neuen, äh, ja, dann schalte ich halt den an, ne? So, okay, es läuft wieder, so, Eisenplatten. So, kurz mal ablagern. Ist der Schredder noch am machen? Eigentlich müsste ich so machen, das macht so eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass ich einen Splitter mache, also einen, äh, einen Lagerroutineer und dann einen Splitter in jeweils drei Schredder. Macht viel mehr Sinn. Das mache ich gleich. So, das haben wir hier rein, das haben wir rein, ähm. Mache ich mal ein paar Kapseln. Die blaue muss hier noch rein. Kann ich irgendwas erforschen gerade? Eigentlich nicht, nur. Hierfür mit Selium. Na gut. Äh, so, wir gucken jetzt mal zu Meilensteinen. Stufe drei, Kohleenergie, direkt das erste. Perfekt. Rein da. Ganz wichtig. Können wir auch direkt schon freischalten heute. Sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. So, die sind jetzt alle leer. Das mache ich hier neu. Wird natürlich jetzt dann fürs Stromnetz belastender, aber wenn wir eh bald auf Kohle umsteigen, ist ja nicht so schlimm. Und wir haben ja jetzt einiges an Biomasse gefarmt, sodass wir, denke ich, das schon uns leisten können. Beziehungsweise ich muss ja nicht drei Schredder machen, ich kann auch erstmal zwei machen. Wie viel verbraucht ein Schredder? 30 Megawatt ist schon ordentlich. Verstärkte Platten. Ich bin zufrieden bisher, wie es läuft. Ja, ich hatte sogar gedacht, dass jetzt hier mehr schon produziert werden. Oder schon halt da sind. Aber ich habe es ja auch nicht laufen lassen, das Spiel. Okay. Das hier läuft auf jeden Fall auch. Dauerhaft. Obwohl hier Rotoren auch rauskommen. Ja, das dauert jetzt hier mit dem Treibstoff. Das wird tatsächlich ordentlich dauern. Ich könnte theoretisch einfach Energiefragmente holen, um das zu verschnellern, aber... Ich weiß nicht. Dann ist das Stromnetz wieder überlastet, vermutlich. Okay, aber das reicht auf jeden Fall erstmal für den zweiten Schredder. Ne. Okay. 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 Man kann auch die Schnellzugriffsleiste, wenn ich jetzt hier auf 3 klicke, kann man später auch noch, also kann man jetzt auch schon customizen, dass quasi automatisch MK2 ausgewählt wird und nicht mehr MK1. So, der ist verbunden. Können wir hier mal aus Spaß das reinmachen und dann wird das jetzt halt hier so verteilt dann kriegen wir insgesamt ein bisschen mehr. Okay, Versteckplatten brauchen wir für Meilenstein. Okay, bis dahin Modulare Rahmen müssten wir machen. Können wir einen neuen Inhalator vielleicht auch machen, mal gucken. Anyl. Na gut, ich habe das Protein ja verhauen. Können wir hier was Neues machen? Naja, gut, das halt nur. Das mit Selium lege ich jetzt auch mal ab. Das auch. Ich gucke mal kurz zur Kupferproduktion, dass die nicht überläuft. Und dann machen wir ein bisschen Fundament-Action. Und nach einer gewissen Zeit gucken wir dann, dass wir die Stromdinger nachfüllen. Okay. Können wir ein bisschen Draht und Blech reinwerfen. Okay. Ist es jetzt vielleicht wegen dem Schreller? Das ist zu vieles. Anscheinend. Weil hier sind noch alle befüllt. Ja, aber da kommt auch schon der Nächste noch. Jetzt habe ich keinen Brennstoff. Ränder. Kapazität 300. Okay, passt wieder. Ja, wir müssen das mit Strom kurz machen, damit das währenddessen weiter produzieren kann. Wieviel haben wir hier noch drin? Ich hau jetzt mal die Kisten davor auch weg. Ich werde das einfach hier so manuell jetzt immer befüllen. Und wenn ich gleich sehe, wie viel gerade drin ist. Ah, hier habe ich sogar anders gebaut. Mit einem anderen Abstand. Okay. 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 Und die, denke ich, werden wir gar nicht in Betrieb nehmen. Nee, eigentlich nicht. Weil um das Kohlekraftwerk erstmal, dass es erstmal läuft, machen wir ein eigenes Stromnetz. Machen separat das. Und die Kohlegeneratoren, die, weiß ich nicht, wo wir die hinstellen. An irgendeinem größeren See halt. Es gibt einen See, der sich da sehr eignet. Hier, das Ding. Ja. Wasser und Kohle. Kann man direkt das Wasser draus extrahieren. Kriegen wir den Wasserextraktor. Äh, jo. Okay, ich gucke mal kurz wegen der Fläche. Dass wir das... Digga, was war das? Alter, mein... Mein Ohrstörb ist halt auf einmal so voll vibriert, alter. So... So gepocht. Was war das denn? Das war richtig strange. Ich habe mir noch nie... Das ist noch nie passiert. Hä? Habt ihr das auch gehört? Muss ich mal im Schnitt dann gucken. Das war seltsam. Warum habe ich jetzt hier das eigentlich so gebaut, dass es da wieder hoch geht? Achso, wegen... Ja, aber hier die Fläche halt so blöd ist. Naja. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viel Eisenplatte und Beton. So muss es sein. Sehr schön. So, hier mit der Fläche haut es hin. Nur dieser Baum hier, der nervt. Hallo? Hallo? Na ja, aber hier kann man es ja dann eigentlich wieder nach unten machen. So, hier sind wir noch... vor allem... There ist noch ein Super besonderes Tokio, wo ich bei mir nicht erwah... ... Und natürlich hier im Kennos comparieren... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jawohl, es läuft Passt Joa, das sieht doch gut aus Hier ist so ein Abstellbereich oder keine Ahnung was hier da hinkommt Ähm, finde ich sieht gut aus Ah, wir können jetzt mit X, glaube ich Ja, wir können schon hier das Das ist halt cool, ne? Das Customize-Menü Da kann man dann Wände und Fundamente und sowas halt Ähm Ja Nach eigenen Vorstellungen designen Das ist sehr cool So, mich haben hier Keiler gesehen Kommen die hoch? Ja Ich glaube nicht So, weil die zwei Eisenquellen, die müssen wir ja auch irgendwie noch, ähm Hier mit aufnehmen in die Infrastruktur Ups Boah, jetzt schon eine riesen Fläche Weil Quarz können wir dann, ja, hier so in diesem Bereich, würde ich sagen, halt Anliefern, das ist ja ganz gut Das Mini-Lag Ansonsten läuft es aber wirklich flüssig Trotz Aufnahme Mega schön Beziehungsweise man kann das auch eigentlich mit einem Lift wieder machen, von unten Das Quarz So, hier werde ich es auch so machen Ja, dass wir hier dann Das so nach oben bauen Ja, das ist falsch Hier Das ist falsch Und dann auch runter wieder. Macht das Sinn? Ich glaube nicht. 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 Das ist ja cool. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Heute nicht ganz so produktiv, aber scheiß drauf. Was finde ich ganz so produktiv? Natürlich nicht produktiv. Aber halt jetzt nicht hier groß bauen. Sagen wir es so. 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 Ich wundere mich, warum das nicht weiß, wie es in Randung kommt. Mit dem Stepper schwierig. Sag ich, wie es ist. So. Ich werde auf jeden Fall auch das Spiel ein bisschen laufen lassen gleich. Wenn ich dann die Folge gleich beende. So. 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 Okay. So. So. Okay. Mal ein bisschen Kupferblech holen fürs Schreddern. Bin gespannt, wie viele Tickets wir haben. Ich denke maximal zwei. Ja. Ich mach. Ist halt jetzt nur eine Kiste. Wir müssen also noch weitere anbringen. Okay. Wir gucken, dass wir den Meilenstein noch abschließen und beenden wir die Folge. roten. So. Der produziert hier natürlich weiterhin fleißig. Boah. Vielleicht schaffe ich es alle zu befüllen maximal. Bevor ich mich da aufcrim hinstelle, wäre das auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, das sollten wir schaffen. Ist halt deutlich übersichtlicher, als das nur in irgendwelche Kisten zu tun. Jawoll. Nice. So, ich gucke noch kurz die starken Platten. Ja, Rotoren werden halt weniger. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch mit den Rotoren. Ja, Verstärkelplatten. Naja, ist es in Ordnung. Ja, reicht jetzt noch nicht für den Meilenstein. Gib mir Platte. Gib mir die verstärkte Platte. Joa, dann wäre doch hier eigentlich ein guter Punkt aufzuhören. Da kann ich beim nächsten Mal, wenn ich mich einlogge, direkt die Platten holen. Ja, so machen wir es. Ich gucke gerade ganz kurz der Wecker. Ja gut, ich habe ihn auf noch eine Viertelstunde gemacht. Dass wir ungefähr eine Stunde spielen, aber jetzt ist ein guter Punkt aufzuhören. Von daher ist es in Ordnung. Wir müssen nicht jedes Mal über eine Stunde sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.